Das waren schon die neuesten News. Ne, interessiert mich auch nicht. Gut, aber das Wichtigste für unseren Bereich ist ja... Dass immer noch bis zum 31.8. Großveranstaltungen mindestens nicht genehmigt werden. Ich hatte ja auch gesagt, du sollst einen Kalender. Das mache ich auch. Alle Termine, die für dieses Jahr geplant waren, drin lassen, damit man weiß, wo ich gewesen wäre. Und darunter schreiben, verschoben, auf. Ja, das habe ich nicht vergessen, HP, nur aufgrund der... Weil bei mir ist einfach alles gelöscht. Ich habe mir das mit den Autokinos jetzt mal durchgelesen. Das finde ich so scheiße, wenn da wirklich richtig Sound wäre und das dröhnt, dass die Scheiben wackeln da von den Autos, dann würde ich sagen, okay, aber so ist das für mich, kommt das gar nicht in Frage. Also ich würde niemals in einem Autokino spielen. Was hast du denn da stehen, darf ich mal gucken? Ja, das geht so schnell. Lyrical, miracle, why them call me... Bim Bam. Warte mal. Ah, okay, brauchst du noch kurz. Wenn wir jetzt... When we on the mic... Nein, when me on the mic. When me on the mic, pardon. When me take it easy. Und im nächsten Satz nicht auf Mike reimen, sondern ein neues Wort hinzufügen. Sag mal irgendein Wort, Michael, auf Englisch. Irgendein Wort? Ja, irgendeins. Sophisticated. Ja, sophisticated meathead. Sophisticated meathead, that's what she said. I couldn't beat that, gotta, gotta, get, get. My cover! Oh! Oh! Oh, 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 oh Musik Dann bin ich mit dir, dann bin ich mit dir, mein Freund, mein Freund. Wir haben die Freude, mein Freund! Ja! Let's just start. Wir haben die Kraft! Ich wache morgens auf, scheiße, ist ja jetzt Corona-Krise. Was sollen wir machen? Ich räume die Bude auf. Wir können am Album arbeiten. Wir haben unsere Wondering-Star immer gedrückt. Wir dachten auch immer, es wäre ein Joke. Ich habe mir das mit den Autokinos jetzt mal durchgelesen. Das finde ich so scheiße. Ich würde niemals in einem Autokino spielen. Wenn da wirklich richtig Sound wäre, und das dröhnt, dass die Scheiben wackeln da von den Autisten. Aber so ist das für mich, kommt das gar nicht in Frage. Are you ready for the sound of Scooters? Hallo, Mann! Da war er schon Diktator. Backstage gelten die Scooter-Gesetze. Wenn der H.P. Barzwang ausruft, dann müssen halt alle mitkommen. Das ist halt die Jugend von heute. Die können das nicht mehr so ab. Wir sind vielleicht nicht die begnadeten Songwriters. Hyper, hyper! Wir haben halt andere Talente. Sachen zu remixen, was mir immer wichtig war. Immer so einen Witz reinzubringen, als sei es etwas ganz Bedeutsames. Und in Wirklichkeit ist es Nonsens. Jetzt geht's so schnell. Lyrical, miracle, why them call me... Bim Bam. Wenn jemand auf mich zukam, wusste ich nie genau, ist das ein Fan oder macht der gleich einen blöden Spruch? Das habe ich ihm auch gesagt. pueda ich schauen. Ja